Willst du dafür sorgen, dass Gebäude und Plätze von Stadt Bern immer in Pointe sind? Ich bin der Kilian. Ich bin im ersten Lehrjahr als Fachmann Betriebsunterhalt im Schwerkpunkthausdienst. In diesem Job ist man zuständig für die Einigung, für den Unterhalt, für die Abfallentsorgung und natürlich für viel, viel mehr. Die Lehre dauert drei Jahre. Was man in diesem Beruf besonders fasziniert, ist die Abwechslung und die Arbeiten im Team. Dabei erhält man Einblicke in unsere verschiedene Brüfe. In diesem Job braucht man handwerkliches Geschick, vernetztes Denken und Freude am Kundenkontakt. Hast du Lust auf eine coole Ausbildung? Den bewirbt jetzt oder entdeckt 22 weitere spannende Berufe auf unserer Webseite.